Heute haben wir Sonntag, den 26. Januar 2019, der auch gleichzeitig ein Suppentag ist. Ich musste heute keine Suppe kochen, da wir noch von dieser Suppe genug übrig hatten. Diese wurde heute nur aufgewärmt und noch etwas aufgearbeitet. Dazu gab es dann knackige und frische Käsekreine und frisches Brot. Aufgetischt und serviert wurde dann eine rote Linsensuppe mit Curry, frische Käsekreine und frische Wurzelbrotscheiben. Untertitelung des ZDF, 2020